Hallo, ich hoffe dir geht's gut. Heute machen wir einen goldenen Schaum. Ja, hört sich ja komisch an, ist aber ein sehr, sehr leckerer Drink. Und wenn du mal sehen willst, wie der geht, dann starten wir jetzt. Ich habe jetzt hier mal frisch gepressten Karottensaft. Der ist nicht gesüßt mit Honig. Kannst du aber auch kaufen. Das ist jetzt nicht zwingend notwendig, dass du den jetzt nicht frisch presst. Und der kommt hier rein. Dann geben wir noch A-Saft dazu. Und zwar 4cl. 2cl brauchen wir an Bananensaft. Und dann wird das alles einmal geschickt. Alles ab, ich hätte schon 2 Eißhüffel reingeben, sodass es auch schön kühl bleibt. Das ist dann der goldene Schaum. Warum das goldene Schaum ist, kann ich dir auch nicht sagen. Auf jeden Fall kein Schaum drauf. Hätte man vielleicht durch Eiweiß bekommen, aber ist nicht notwendig. Frisch gepresst Karottensaft, du schminkst einfach nur das, du riechst nur diese Karotte und ein bisschen Banane. Ja, Karotte kommt durch, ist sehr dominant. Im Hintergrund hast du ein bisschen Ananas von der Säure her. Ja, aber ansonsten finde ich den ganz okay. Ich gebe ihm mal 6 Punkte von 10. Farbe finde ich besser, 7. Aber, ja, kann man machen. Kann man machen, wenn man noch viel Orangensaft oder Karottensaft übrig hat. Kann man ein bisschen was mischen. Aber, ja, ist okay. Und, ja, ich hoffe, das Video dir trotzdem gefallen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Und dann bin ich raus. Bis demnächst. Bis zum nächsten Mal.